ja leute was geht herzlich willkommen zu einer neuen folge stumble guys und wie immer können wir erstmal die zwei mal am rädchen drehen denn es ist schon wieder ein weiterer tag vergangen okay kommt mir was gutes ja nein nein nee ja dann lieber die fünf juwelen da brauche ich nicht auch wenn er lustig aussieht ich will jetzt mal wieder einen guten skin kommt schon leute wir können gleich mal gucken ob wir noch ein bisschen was öffnen können wir haben ja inzwischen schon wieder eine ja nein die haben wir ja schon ja kommen dann gibt bitte die 15 juwelen jämmerlich aber wir haben 175 uns fehlen noch fünf dann könnten wir zwei öffnen aber wir können so eins öffnen einmal geil okay komm episch oder besser das ist wenigstens dass auch special wäre so geil legendär episch ja den bär kommt der ist geil der grizzly den will ich nehmen mit dem spielen wir jetzt eine runde so und dann warten wir noch bis wir die fünf haben wir können auch mal hier reingucken woher kriegen wir gerade nichts und 20 stammel tokens und hier kriegen einen zufälligen skin ja okay das heißt hier geht erstmal nichts dann starten wir mal verbindungsaufbau geht direkt los sehr geil und mal gucken ob wir mit dem bären skin jetzt ein bisschen glück haben nach der puren enttäuschung in der letzten runde was ist hier los okay floor flip hey das ist ja wie nee hätte gehofft so was gibt es hier nicht und ich habe erfahren man kann boxen aber das muss man sich irgendwie erst freischalten also ganz komisch das ist hart belastend jetzt alter und ich muss ganz am anfang wieder starten das ist bitter ihr wisst wie ich diesen modus hier verabscheue lieber hier den sicheren weg ganz allein oh gott ich dachte ich bin gerade zu früh gesprungen kann ich auch oh gott das muss jetzt schnell gehen oh gott ja das hat geklappt immerhin aber hier sind eigentlich sehr viele das ist schlecht oh das ist nicht gut oh gott das war so ein luck gerade okay nein nein das ist nicht gut leute wenn ihr da drüben steht oh jetzt kommen sie alle hier rüber das kann nicht wahr sein ja ja danke sehr großzügig da gibt es erstmal ein gg qualifiziert okay leute wieder rocket rumble das heißt wieder pluggen einnehmen der modus überzeugt mich nicht so sehr weil ihr wisst ich hasse team modis ich hasse sie einfach gießen wir auch mal die hier nehmen wir direkt mal ein wobei das nehmen schon zwei ein oh nein er hat mich einfach gekriegt belastend nein ich vergesse immer dass ich ja nicht nicht springen kann was will der da oben weil euch alle weg oh mein gott hat echt fast geklappt nein das ist nicht gut nein das kann doch nicht wahr sein so jetzt aber oh mein gott man schafft den sprung nicht natürlich doch hier schafft man ihn auf einmal hier sechs zu fünf okay jetzt attentat hier sehr gut wird unsere nein miss die führen nee doch die führen das geht nicht wir müssen uns hier oben am spawn bedienen ja ich weiß du willst schießen verdammt aber hier kann man nicht runterfallen sehr nice ist ja lasst mich die flagge ruhig einnehmen leute finde ich gut finde ich gut sehr geil nein jetzt kippt er mich runter ist doch das kann doch nicht wahr sein hier komm bam schießt er überhaupt in der luft ja doch schon wir brauchen das jetzt ist wichtig das kann ich hui komm oben drauf nein alter 5-5 das gibt es nicht nein 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 wir brauchen die flaggen wir brauchen die flaggen das ist wichtig hier vier und die kriegen die das gibt es nicht alter eliminiert wie bitter es war so knapp und deswegen mag ich keine team modis wenn man da auf die anderen angewiesen ist so Leute nächste runde ich hoffe es läuft besser bisher hat uns der äh grizzly nicht besonders viel glück gebracht ja deswegen hoffe ich dass das jetzt besser laufen wird äh ich hoffe wir kriegen einen guten modi och ney nicht direkt heilvoll alter schlimmer geht es ja gar nicht mehr und ich starte auch noch vorne guck mal aber ich sehe cool aus als grizzly lol man kann ok kann man nicht ich dachte man kann einfach durchrushen ja dann zeigt mal wo es lang geht ok hat auf mich nach vorne zu drücken sehr gut das war nice und er ist dein Ziel sehr geil ok spin go round äh reiche die zielinie das ist wie immer unser ziel hatten wir den schon mal ich glaube den hatten wir schon mal oder bin mir gerade aber gar nicht sicher ob wir den Modus schon mal hatten oh das ist nicht so gut was ich jetzt gemacht habe nein jetzt werde ich ja komplett nach hinten wieder gefördert nein nein das ist nicht gut oh Leute das ist gar nicht gut das ist gar nicht gut vielleicht ist das hier nicht der beste Weg den ich gerade gehe ok ich bin durch aber ja das kann ich schon nicht mehr schaffen glaube ich ich bin zu weit hinten achso ich würde da gern dran vorbei Leute ich bin zu weit hinten ich hab gelernt aber wo soll ich denn von da dann hin ah wie bitter zweimal verloren Leute das war eine schwache Runde egal ich hoffe ich hatte trotzdem ein bisschen Spaß beim Zuschauen wenn ja gebt doch dem Video einen Daumen hoch vergesst nicht die Glocke zu aktivieren um nichts mehr zu verpassen und den Kanal zu abonnieren um mich zu unterstützen und die Petition für Call of Duty unten Requisitenjagt erster Link in der Beschreibung macht's gut Leute ciao Outro Outro Bis zum nächsten Mal.